hmm herzlichen willkommen meine damen und herren zum heutigen overwatch auf das 2 was um gottes willen ich weiß gar nicht ob hier vielleicht jemand hekt oder nicht naja ja schön dass ihr da seid ich habe am wochenende leider am wochenende leider nichts machen können ich konnte nicht vorarbeiten und wir waren sonntags unterwegs gestern dann am montag eben auch weg deswegen kam jetzt drei tage lang kein video wahrscheinlich dachten viele dass ich gestorben bin keine sorge ich bin offensichtlich nicht gestorben er hat nur ganz wenig zeit und konnte deswegen nichts machen aber jetzt bin ich ja wieder da ist wird gehasselt und geschesselt übrigens auch im live stream gleich wieder ab 18 uhr geld vergesst du nicht kinder vergesst du nicht live stream giveaway pipapo fewer games ja immer wieder ich habe mir überlegt ob ich mir diesen satz dass diese fewer games oder zusammenspielen im live stream stattfindet ich mir überlegt ob ich mir den irgendwo hin speichere weil ich natürlich in den videos immer wieder gefragt werde oh komm mal mit dir spielen und so weiter und dann schreibe ich immer aufs neue ja in den streams geht es und pipapo lalala das muss ich mir vielleicht mal hinterlegen in so ein textdokument dass ich es immer direkt copy pushen kann naja das 2 es steht im moment gerade 3 0 er hustelt hier den übelsten headshot rein und hat 5 0 sein kollege 6 0 die gegner alle 0 mhm was würdet ihr wovon geht ihr aus also an der stelle was was glaubt ihr was wenn es dir was er hat ist er clean oder ist das ein normales scout oder ist es diese ground water oder irgendwas weil da sieht man das nicht wenn er wenn er ich weiß es nicht sieht man das nicht eigentlich das heißt da ist ein skin drauf moment mal rudern wir zurück oder rudern wir mal ganz schnell zurück ne quatsch also ähm ja das letzte overwatch schon eine weile her da hatten wir auf jeden fall den hacker ich weiß nur nicht mehr was ich ihm gedrückt habe aber er war auf jeden fall schuldig also entweder ich glaube es war nur eine sache entweder aim oder halt vision dann müsste ich jetzt zurückgehen mit dem letzten fall anschauen hätte ich eigentlich machen können ja in weiser voraussicht beziehungsweise einfach um das hier vorzuarbeiten für dieses video das ist ja die komplette zerstörung was die drei wirkliches machen die lassen sich gar nicht aus dem spawn raus das ist ja wirklich gas dackel action naja ja gestern war beryl da ab dem zeitpunkt an dem ich dann zu hause war ich habe er direkt mit abgeholt dann nach der vorlesung und wir haben dann in unserem geheim projekt gearbeitet und kam auch kam auch sehr sehr weit wir haben gestern viele wichtige sachen gemacht wir werden dann demnächst revealen worum es geht er hat mich gestern oder vorgestern gefragt wie sieht es eigentlich aus wann hast du das schon gesagt wie viel das schon erzählt weil ich habe es im stream letzten fast verraten aber du wolltest da ja irgendwie ne also ich habe sie ihm gesagt die tage je nachdem ob wir kommen werden wir dann da schon das erste das erste video drehen in unserem geheimen ding und dann werdet ihr es erfahren und ja ich bin durchsichtig das ist so türkis das t-shirt und deswegen wird das halt der grüne anteil mitgekriegt regt euch nicht auf okay jetzt kann man immerhin hier den dingbalken sehen das das boys hier oder das girls haben wir auch schon lange nicht mehr überlegt oder geschaut meine ich von also von welchem geschlecht wir überhaupt gerade im moment sprechen wie diese person so drauf ist und so weiter damit könnten wir eigentlich direkt anfangen lassen wir kurz gucken ganz klar das ist ein aber die frage ist in welchem alter bewegte sich dieser sieben der ist eindeutig sieben jahre alt das kann ich an seinem aim sehen aber ist er jetzt eher ein guter schüler oder ein schlechter schüler komm oktopus komm raus jetzt vor ich meine wenn man ich will jetzt ich will nicht großartig was vorweg nehmen aber wenn man so eine ausweglose situation hat dann fände ich es immer krepelig wenn man es dann auch noch raus also rauszögert so lang und so also so lang und breit meine herren er ist aber auch am döden oder er knillt hier guck in der ohren oh jetzt drückt er dem jetzt drückt er dem kollegen noch den team kill rein ich weiß nicht ob er will dass er aus dem spiel fliegt oder halt irgendwie ein band bekommt oder sonst was aber sowas das war auf jeden fall also das geht auch in richtung in richtung spielbehinderung wenn du mit absicht in die nades oder mollys der mates läufst um sie kicken zu lassen zum beispiel ja ist auch eine sache die zwar nicht oft passiert aber wenn sie passiert dann manchmal einfach kleingeredet wird so von wegen das halt reingelaufen aber denken ratten schwanz hinten dran denkt dann wenn man dann wegen so einem dummkopf gedödelt wird ach so was sagt eigentlich jetzt zum bunny hopp was würdet ihr zum bunny hopp sagen weil der eine ist schon hinten afk die nummer 6 der will gar nichts mehr machen die acht läuft darauf auf lang rum ist übrigens die auflösung richtig ich hoffe dass die auflösung richtig ist ich glaube schon ich werde gleich noch es ist schon sehr spät halb fünf ist jetzt im moment ich werde das video direkt hochpumpen und dann die skins noch vom freitag raushauen von freitag und samstag die die sachen aus dem live stream und da haben wir die awp vorboss haben wir da gar nicht raus gehasselt das heißt die geben wir dann einfach heute raus im stream wir haben am freitag wie immer sehr lange schreiben die denn jetzt ist er jetzt echt in dem bombenknilch vorbei die awp vorboss haben wir dann gar nicht mehr ausgehasselt da war es dann praktisch schon wie viel uhr war es samstags vier oder fünf da waren dann nicht mehr viele da und wenn da noch was offen ist noch was da ist dann frage ich immer kurz in die runde ob wir sie jetzt noch aushauen sollen da sagen die meisten oder sagen hat die leute dann komm mach es am dienstag jetzt ist ja fast niemand mehr da die leute die so lange durchhalten sind natürlich vom inneren kern das sind die leute die meh die ganzen skins schenken von daher haben die auch keine große interesse daran ihre eigenen skins dann zu gewinnen ja natürlich kann es sich lohnen wenn man sam also von freitag auf samstag in dem stream wenn man da sehr lange dabei ist und dann halt am schluss sagt ja doch komm haus raus und er der einzige ist wenn das ding möchte hat man natürlich dann leichtes spiel aber das durchhalten ist dann doch gerade nach einem nach einem freitag ja der der vielleicht für den einen oder anderen sehr lang war ist es schwierig lange durchzuhalten also ich war da an dem abend auch ziemlich was machen die denn es wirkt komplett wie aufgesetzt das ganze spiel ich schieße dich einmal an und dann rennst du weg und dann schieße ich dich an nee das ist komplett gescheuert was soll denn das habe ich auch noch nicht gesehen ich meine es ist sicherlich nicht abgesprochen oder ein eingespieltes ding aber was ist mit ihm los will er zeigen wie unbesiegbar oder wie unantastbar ist mit seinem scheiß naja ja so ein freitag kann halt auch zermürbend seine und dann kommt man abends um 22 in den stream was er schon sehr spät ist 22 uhr ist er erst start und dann geht die meisten eigentlich um zwei und der stream endet manchmal auch um zwei oder drei aber oftmals machen wir dann doch so drei vier vielleicht sogar fünf und da hat man dann gute karten wenn wenn dann das gibt also wenn ein teil des gewährtes ich hau die skins ja immer über das gibt über den stream im gesamten raus mach am anfang ein bisschen was damit am ende so ungefähr und ja ihr wisst warum ich hinaus will naja lirum larum ich drücke gleich was rein wir sehen uns jetzt dann im live stream gell um 18 uhr geht's los bis ca 21 uhr hasselt rein es gibt wieder schöne sachen und eben vor allem viewer games ja also wer mitspielen will sollte dazu kommen vielen dank für alles macht's gut bis zum nächsten mal also gleich im stream tschau